herzlich willkommen zu einer neuen folge volvo recharge wir beschäftigen uns diesmal mit der frage wie bediene ich die navigation mit google maps die bedienung eines volvo recharge ist also wirklich sehr einfach und intuitiv gilt das denn auch für die navigation natürlich die navigation kommt von google maps und die finden wir hier oben in der obersten kachel und wenn wir da draufklicken kommen wir auf den startbildschirm von google maps und dort sehen wir einmal die kartenansicht und hier oben die sogenannten points of interest wo wir zum beispiel einen ladepunkt oder ein restaurant ich kann gleich hinzufügen können die zieleingabe kann auf zwei wege erfolgen entweder hier oben über das suchfenster und wir geben das ziel hier manuell ein oder der zweite weg wäre über die sprachsteuerung was es natürlich einfacher macht auch während der fahrt wo wir den befehl direkt oder das ziel direkt eingeben können und der befehl sofort umgesetzt wird kann ich das mal ausprobieren natürlich hey google navigiere zum roten baum in hamburg nach roter baum navigieren klasse ja und wir sehen es schon eine besonderheit wir haben ein elektrisches fahrzeug wir müssen unterwegs einen ladestop hinzufügen das heißt wenn ich jetzt hier draufklicke zeigt er mir verfügbare ladestops auf dem weg nach hamburg an in dem fall hier in der reihenfolge wo ich anfahren soll und wenn ich draufklicke kann ich auch hier schon direkt sehen dass es ein schnellladeanschluss ist und das dort noch vier von vier anschlüssen frei sind hervorragend ja also die route wird adaptiv natürlich anhand des verbrauchs und auch anhand meines ladezustands der hochvoltbatterie direkt auch berechnet klasse es gibt sicherlich noch viele andere einstellmöglichkeiten auf jedes detail brauchen wir nicht eingehen vielleicht kannst du nur kurz zeigen wo wir die finden genau die einstellungen von google maps finden wir hier unten in der linken ecke da haben wir wieder unser zahnrad symbol und hier können wir zum beispiel den verkehr anzeigen ein ausschalten die sprachführung routen option und noch also einige andere funktionen die wir dort haben das waren alle wichtigen informationen zum volvo infotainment system in einem volvo recharge fahrzeug danke dass sie dabei waren und bis bald so Untertitelung des ZDF, 2020